Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge LOL Diesmal dabei wieder der Simon für typisches Noob Gameplay Diesen Satz bringe ich auch sofort in dieser Folge Und das erste Mal gab ich dabei den Kevin Hallo Wobei nicht das erste Mal, da war glaube ich in jeder For Honor Aufnahme drin, weil das jedes Mal gecrasht hat Ich weiß nicht was du meinst Ne ich auch Wäre das eine Mal wo wir For Honor Aufnahmen haben nicht? Kevin, wo atmetst du in der Mikrofone rein? Das ist normal Ali fährst du eigentlich mit aufs Resist Nope, hab kein Urlaub Ja ich hab... So wie es jetzt aussieht Ein Freund von mir wird gern noch mitfahren Aber wir sind halt ohne ihn zehn Leute mit ihm elf Und das hat dann von den Tickets ja scheiße Nero, Platz jetzt wenn keine ahnung wenn ich platz sagt der bleibt dauernd auf dann liegt jeder ein bisschen zusammen damit jeder das zahlen muss ganz simpel ich weiß nicht ob die anderen da so bock drauf haben weil ich kann nicht weil ich hab für tabertal urlaub und für gamescom und eigentlich noch die woche danach wohl aber die habe ich jetzt gecancelt hast du in gamescom ja den kompletten august frei wird unbedingt ja ich gehe dieses jahr und nächstes wahrscheinlich auch wenn es geil ist war die nicht auch letztes jahr robbie und so waren ich war auf dem spurt war die ja dieses jahr auch wieder hin aber luca hat gesagt der kann ich glaube ich hab da also ich kann meine eltern nicht meinen hund noch noch mal geben weist ja ich bin ich habe das ticket doch schon gekauft keine ahnung luca hat das doch für mich aufgaben ich habe ich habe es jetzt am gestern habe ich gekriegt der waren kurz da das war jetzt nicht so geil auf jeden fall fällt der adc passt zack und syra geht mir schon auf den zack so ich gehe jetzt mal worden wukun kommt mitte also er will beide ganken kevin ich hab keinen dann jetzt einfach drauf gehen aber nicht sterben hat er nicht gemeint und doch ich hab meinen stanz verhaut ich bin ein idiot oh du intest du intest you are inting bitch kenny minion verpassen ist inten eigentlich instabun das ist einfach dein account wird eigentlich instant gebannt so ähm wie kann ich jetzt abusen dass die syra alleine ist der wukun kommt nochmal kevin ich hab meinen stanz verhaut ich bin ein idiot oder echt du willst einen alleinstehenden syrern ok ne was bist du denn für einer klar ich hab's überlebt ja die hubs müssen aufpassen weil das ist ja ausländer alter ja ich mag keine ausländer sagt der tage ja das ist playzoom rassismus wird bei uns groß geschrieben rassismus wird auch groß geschrieben jetzt haben sie damals angefangen damit oh ja wir ham rassismus eingeführt vor hitler Ulmussolini alter bisschen uuu wenn wer die Patenten echt rassismus controllen würde dann die italiener istso spaghetti monster couldn't have been waren das die italiener ja Das fliegen wir als Spaghetti-Monster? Ja Boah, ich mach die Lehne alleine, man Keiner braucht dich, Lucien Schalalala Schalalala Drück halt den Ich rein den Basterd Oh, Lucien Oh, Lucien Oh, Lucien Oh, Lucien Er ist noch weggekommen Ich hab über das Leben weggekommen Gut, wegkommen bringt dir auch nichts Der Wukong kommt so ich runter Das ist eure Seite Wukong Wukong Quinte fehlt Warte euch Tja, 2v1 Und ich hol First Blood, bitch Aha, aha Halt tief Nummer uno We 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 Du nervst so krass mit diesem Scheiß Das Lied ist doch mega geil, Mann Das Lied ist doch mega geil, Mann Das Lied ist doch mega geil, Mann Das Lied von Mozart Mit Musik wäre das Leben ein Fehler Mit Musik wäre das Leben ein Fehler Mit Musik wäre das Leben ein Fehler Er sagt ohne Musik wäre das Leben ein Fehler Das ist das originales Jahr Aber du musst das halt ein bisschen auffippen Mit Musik wäre das Leben ein Fehler Ich weiß, wie du dich die Folge nennen Wer spielt denn los hier, Leute? Da haben wir einen pinken Wukong ist hinten der Palser Ja, Wukong wird auch zu uns Bitte, miss Ehhh Da unten, ich meine Ehm, Lee Sin? Ja Oh, die Teil gerade nicht aufgepasst Die motherfucking Sin Hey, Sau, sag, wo bist denn du? Kein, gerade eh Easy Ey, gehst du mal da von meinem Stuhl weg? Äh, äh, mir entkommst du nicht Auch wenn ich sitze Hier, Platz Bleib jetzt liegen Boah, mich da die ganze Zeit mit dir rum zu prügeln Prügel dich mit Queena Ich habe heute für die beiden eine neue Box gekauft, gell Also so eine neue Autobox Besser gesagt eigentlich primär für Queena Aber da passen halt beide rein Und das locker Also das ist halt Die haben sich voll gefreut, dass die miteinander Autofahren dürfen Okay Oh mein Gott Das war der Nummer noch Ähm, ich komm mit Bleib Vorsichtig Du ein Nein, wartet auf mich Ich bin doch gerade auf dem Weg, Jungs Jungs Yolo Ich war noch on the way, Alter Ich war noch auf was Yolo Westpro Uuuhh Weg da Silva Das ist schon Die führen ist schon Ho team Ja, Technos Sie sind Sie sind Sie sind Sie sind Sie sind Echt jetzt? Du willst mich in einer riesigen wave fighten? Ah, Lucien! Der hat mich gerade in einer riesigen wave gefeit, was? Ein vollidion! Der hat nicht mal seine ulti gezündet. Why not? Tja, Lyra, musst du auch was treffen? Er hat TP raus, der... Da ist er nochmal... Alter, wie ping ich das ohne, dass ich raus tabe? Keine Ahnung Oh, 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 oh! Die Sync kommt wieder runter, aber der ist low, vielleicht kommt er nicht Da wäre ich jetzt fast gestorben Ich glaube, der kommt Ich glaube, dass der einen Troch macht Zyndra kommt, Zyndra kommt Der Wukong, äh, nicht Wukong, sondern der Ding kommt Richtung Mitte Der ist? Da, der ist bei dir Ne, warte Zack Push den Oren oben so gut wie es geht rein Ero! Komm her! Hopp! Die Platz! Bock, dass du hier die ganze Zeit rum rennst, wie so ein geistig behinderter Fisch Ein Fisch? Ja, geistig behinderter Fisch in kein Trepp Deswegen sind sie ja geistig behindert Hm Ich hinte! Ich hinte hart rein, Alter! Rein! Letzte Innenöpfle hier! Oh mein Gott, die hat Wukong watzelt als Kunden-Dopblem Fuck Fuck Der fitti ist ja bloß fucke 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 bitte fucke in welche Richtung ist sie gegangen? im plan, ich war tot nicht potland, sie wird wahrscheinlich weg gegangen sein Fortschritte sieht sie zumindest nicht. Problem kann sie nicht viel machen. Haben wir Zeit für einen Trockenpass. Und geklaut. Das wär's gewesen, Mann. Hättet ihr euch zutraut. Alter, das ist mega langweilig. Ich steh die ganze Zeit nur rein, aber kann nicht fighten. Nicht weil ich von hier nicht kann. Sondern einfach weil... Der die ganze Zeit so safe steht. Ja, zyndra. Irrungsam. Nervt halt hart. Ich würd den gern fighten, den Bastard. Ey, warum hab sie sich pinkt? Ne, der hat mir gepinkt, dass ich da hingehen soll. So. Du spielst halt nen Tankmatch ab. Das wird mega langweilig. Ne, ich könnte ihn jetzt sogar diven, aber ich... Ulti ist raus. Ich hab mich so hin geflasht, dass er mir Tower eingeschossen hat. Der Idiot. Ich hab das in die Mitte draufgebe, wann die Ulti muss. Und den Tower holen. Ich fühle mich schon wieder gut, ey. Wir kriegen die Spots im First Power. Ja. Hm? Kannst du back? Ich würd die Wave noch nehmen. Ja. Kommt die Wave rein zu pushen. Mach da ne Q in die Wave rein. Warte. Was? Du intest, Junge. Du intest. Ne, der kommt bitte. Ja, aber ich wär jetzt so und so draufgegangen. So hab ich ihn noch mitgenommen. Not worth. Not worth, Simon. Not worth. Not worth. Not worth. Not worth. Lucian, go top. Nero, du nervst mich mit deinem Scheiß um den Hergewander. Komm her. Auf die Couch. Platz. Gib dich hin. Schnauze jetzt. Weißt du, so tapert dieses kleine Knoll da umeinander die ganze Zeit im Dunkeln. Wie mich das aufregt. Weißt du, die Queen legt sich hin und dann ist Ruhe. Aber nein, meine Eltern haben so einen Wuselhund. Mi, 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 mi. Boah, wie schön, Leute. Die sind, Kim. Die haben wir schon bei mir. Komm schon wieder. Ich hab mein Stopwort. Schau, wie holt immer noch. Stop. Lucian. Come top. Please. Also, Ali, wenn du auch mit hochgehst, kriegen wir den auf jeden Fall. Kannst du den hucken? Bisschen Schaden mehr. Passt. Good job. Oh mein Gott, mein W hat nicht gesessen. Muss mich verarschen. Es sind alle, äh, drei Mitte, drei Mitte. Wie Mitte, wie Mitte. Wie Mitte, wie Mitte. Ja, der Lucian kommt schon. Ihr müsst einfach wegziehen. Wir pushen jetzt top rein. Ah, push, push, push. Oh, da haben wir echt gesandt. Oh, geht drauf. Geht drauf, glaube ich. So, jetzt gehen wir bot. Komm, wir holen uns die da. ok weg oh man alle 5 mit der wispel verarschen ich kann es abwarschen mehr und kein heal ich pushe top weiter ja mach es bot lane tower ja den tower kann ich hier haben das ist schwierig ich kann ihn treffen ich geh nur drauf 1 für 1 kriegen die jetzt den tower kann passieren ja ich geh auch mit ich bin auf dem weg oh man ich bin gleich bei dir oh der hat ulti verharrt nice nee er wollte mich wegkicken ja der kick ist halt hier oder ja ah jinkind ah oh nice mitte tower gesaved mega nice ok ich geh jetzt back simon bot lane ok ok bot lane geht gut durch mit der tower ne du gehst auf die seitline simon ja ich will auf die andere pink ward ähm wollen wir nicht soll ich nicht auf die drake warten du gehst bot lane erstmal stellen den wort beim drake und die bot lane ich kann kein wort stellen ja dann geh ich in unseren stall und bot lane mit der mitte fehlt ja ah da ist alles gewardert ok ach ist wieder so viel mitte komm weg komm weg dummste pussy heute die kaum runter ne ich könnte nicht wenn der mich tanken lässt kann ich tanke ich sehr gerne aber der du stellst dich ja so rein dass der ja ich hab gar nicht aufgepackt ich hab gleich geschaut wo die denn sind alle ok ok mitte wir brauchen mitte ja liegen bleiben ihr beiden süre ist ganz unten die machen ein pottauer vorbisch ja ich hab kein tp der fällt nicht mal ok ne komm zu euch in den in den in den mit dem warum auch immer der da jetzt mal gegangen ist YOLO! YOLO! Oh, Doppelkull, nice! Macht's den weg und dann mächt's unbedingt... Oh, der Klinger, ne? Auf den, auf den Ding, du... Chin! Ja, bitte! Ah, okay, Flash ist raus. Macht's die Sidelines oder Mitte. Mitte reinpushen. Ja. Schön, schön. Ja, der andere macht den Tower. Ja, lass den holen mit Tower. Ja, lass den holen mit Tower. Einfach weiter auf den Tower. Einfach weiter auf den Tower. Ja, ja, klar. Okay. Scheiße. Ich hab das Spiel nicht reagiert. Ah, ein Tower und zwei Tote. Ich weiss nicht, ob das so... Ist nicht ganz so worth, aber wir haben die Mets damit geöffnet jetzt für uns. Ah, der Dodge. Schade. Also ganz worth war ich jetzt nicht, aber wir haben dadurch jetzt die Map geöffnet. Ich hab jetzt eigentlich auch gedacht, ich kam noch weg, aber ich hab zu spät reagiert. Ich bin schon auf dem Weg. Einfach nur weg clean. Einfach nur weg clean. Oh, was machen wir? Kann nicht viel, aber farmen dann doch ein bisschen. Kann nicht viel, aber farmen dann doch ein bisschen. Unterwegs Richtung Mitte. Kannst du den, äh, executen? Nein. Jetzt kann ich ihn nicht. Oder die Zyra. Die Zyra. Oh, oh, oh. Bei dir war gerade der Dings, gell? Er ist bei mir. Nice. Ah, ich g'failed, Alter. Oh, mega nice. Wow, schon. Was ist? Warum? Weil ich dort erst wieder rumgekommen bin. Echt? Ich hab ee... Einfach... Pushen. Pushen. Also deswegen, wenn Botland pushen, weil uns vollgehen wir da. Aua! Ich rühre... Ja, push Botland. Push Botland, genau. Hast du Teleport, Simon? Ääh, in 40. Ok, passt. Ääh, mich glatt den Barren. Wenn ich in meiner Promo vorgestern so gut gespielt hätte Promo zu was? Silber 2 Ich dachte du brauchst 4 Ich bin nicht du Simon Ich bin Silber 3 Du hast dich hochpushen lassen Ja schade Fällt nicht Alter ich hatte 5 Monate kein PC Egal Wukong ist jetzt in richtigen Gefahr Ne der Wukong hat ab Wukong ist immer relativ safe Du push in Ruhe weiter Simon Machst du richtig gut Ja ja klar Mach die Pf Ich habe einen Baron clearen Egal Wir machen den jetzt nicht Im Gegenteil sogar Bleib mit hier schnell Tschüssi ich sehe da eine Führer Bin jetzt am Inhip Tower TP vom Ding ist raus Und du hast die Piet Die hat zum gewissen Löwenkopf über sich Mega nice Mega nice Dann ist er nicht bei uns Oder ein bisschen Oh was ist denn das für ein Peig man Oh die Bitches wollen seine Nummer haben So geil ist er Was ist denn da So Luchs will seine Nummer haben Oh yeah Oder so die Zyra kommt so nach dem Game hin Hey Palk Palk Du bist zwar schon tot oder tot Aber ich bin nekrophil Oh Mundo Das war jetzt nicht erwartet Dass ich mit meinen Q-S Full Damage mache Oh ne Da ist noch die Führer Ok Mh Ich hab den Stun raus gerade Ich hab meine Ulti nicht ab ne Und wenig Mana Ich hab Ulti ab Ich hab 2000 Gold Also ich würde eigentlich fast ganz Ganz gern weggehen Ich will den Tau nicht fallen Äh 15 Sekunden Drake Wir müssen entweder davor fighten Oder den Drake irgendwie safen Ich wurde Ah immer denkt ja auf Steining Tut doch Ich bin der Dodge-Master Ah Palk kann nicht abstauben Ich bin der Dodge-Master Oh Palk kann nicht abstauben Ah Palk kann nicht abstauben Ich habe jetzt meine Ulti bekommen! Ich habe nicht genug Mana für meine Ulti! Ich habe nicht genug Mana für meine Ulti! Der Kuikwelle und ich habe nicht genug Mana! Mach mal mit dem Ding meinen... Ich gehe den Drag. Das wäre vierfach Tötung gewesen. Wobei, ne... Mindestens Double Kill. Mindestens Double Kill. Aber ich habe nicht genug Mana gehabt. Einen habe ich es gefühlt. Oh, ich habe gfailed. Ich habe nicht genug Mana. Hat mich nicht gesehen. 3.000 Gold. So. Ok, ähm... Simon, hast du TP? Ja. Dann gib Gott lehn. Da sind gerade keine... Keine Minions. Da sind kann ich einholen. Ah, fuck. Ich lebe schon längst wieder. Also ich hebe mir den TP auf, gell? Du hebst TP auf? Ja, ich sag dir dann, wenn du TP'n sollst, ok? Jo. Du machst den Spot Lane Pressure und wir machen Pressure am Baron. Jo. Ich habe einfach 170 Farben. Oh, Mundo. Solo Baron. Hopf war einer, gell? Mitte sind zwei Mitte 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 Mitte. Da waren sie vorhin, Kids. Die kommen hoch. Da kommen die vorhin. Die sind unten in meinem Plan. Ah, ich habe meinen Ulti gefailed. Aber wir haben zwei Leute. Ja, da mache ich mal Botlane in den Hip. Ja, push weiter. Ich kann TP'n, wenn es das kann. Ihr müsst nur was sagen. Nee, nee. Nee, push weiter. Push weiter. Push einfach weiter. Wir haben da gerade zu sehr overstayed. Push weiter. Das war aber das, was ich gesagt habe. Ja, nee. Sie haben da gut gesteht. Aber wir kriegen den Inhab dafür. Gehen back, oder? Weil wir Mitte pushen, dann kriege ich den Tau. Jetzt sofort abhauen. Schaut, dass du da wegkommst. Renn hier hin, renn hier hin. Ja, ich weiß nicht ob ich es schaffe. Hier hin, wo ich hin gehe. Ja, ja. Auflaufen. Flash. Auflaufen, auflaufen, auflaufen. Zu der Blastcon, zu der Blastcon. Und dann drüber. Nice, good job. Good job. Nice, reagiert auch von dir Kevin. Ja, hättest du da nicht dein Ding da gemacht? Hey Blue, I'm camping. Wo ist denn der oben? Dann wäre ich da auf jeden Fall nicht mehr weggekommen. Ja, ich kann dir auch helfen beim Blueger. Komm her. Wann spawnen die Krabbel? Aber wir haben keine Wasser beim Bären. Der wird mal fast mit, der hilft als erst. Ich bin schon da. Ja, okay. Der hat nur noch 260 Leben. Nice, mehr hast du. No problem. Alter, Garret ist ja mega OP. Ich krieg nicht mal... Also, meine Passive regeneriert halt weiter, während da die... 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 Jungle Monster sind. Komm rein. Ja, ich hab's versaut. Aber ich hab's mitgenommen. Passt's. Ich bin auch für Warnhoff. So, nichts wieder Wischen am... Baron Wischen aufbauen. Mach das. Ich werde wahrscheinlich gleich back... Ich geh back und hol mir mein Item. Meinen... Meinen Death Stands. Bisher nur offensiv Damage Items gegangen und ich stehe eigentlich ganz gut. Ich werde von meinem Kumpel nachbauen. Wir haben Toplan Push. Botlan auch. Botlan ist der Inhip Down. Simon, du hast TP. Ich hab immer noch... Oh, ich hab immer noch TP. Wir brauchen 8 Sekunden wieder Flash. Gib Botlan. Jo. Mit den Super Minions. Jep. Oh, okay. Okay. Also ich bin nicht Undiable, gell? Ne, klar. Komm mal oben. Wir brauchen wollen auch. Ich wollte nur gesagt sagen, ich bin nicht Mundo. Alles klar, alles. Ne, ne, schon klar. Aber es reicht, wenn du zwei, drei Leute runterziehst. Bin ist da, aber den mach ich. Ja, pass auf. Wir haben keine Vision auf die anderen. Es könnte dann auch noch welche kommen. Geh nicht so deep. Geh nicht so deep. Okay, nice. Wir müssen die vom Backpot abhalten. Ah, shit. Die hat Ulti gewonnen. Egal, alle. Holy shit, warst du schnell down. Ja, ich wollte die vom Backpot abhalten. Ja, ja. Zwei sind Botlan, aber die kriegen mich unter Umständen. Ähm. Ja, die kriegen mich. Oder? Oh mein Gott, die Ulti gewastet. Ich hab's überlebt, Alter. Ich hab's mit 42 live überlebt. Alles wert. Alles wert. Ich find, ja, so eng. Ah, ich hab's überlebt, Alter. Nice. F*** Syndra. Irgendwann hat mich entzündet. Äh, die Syndra hat aber, ähm, hat nur Exhaust dabei. Und, ähm, die Syndra war das nicht, sondern die Zyra. Die Syndra hat mich, äh, hat mich ignited gehabt. Ey. Safe, die hat mich ignited. Ich brauch keine Leben, ich konnte nur greife. Ja, ich kann helfen. Wir haben aufgeben. GG. 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 F***ing great. GG. Das war's mit der fünften Folge, lol. Äh, sechsten Folge. Ich dachte die sechsten. Kann sein, Mr. Chö. Das war's mit der Fünften Folge. Du hast einen Bed Français!